Herzlich Willkommen, ich freue mich, dass ich bei euch sein darf heute. Mein Name ist Martin Wildam, ich komme aus Wien und ich bin Ubuntu-User. Ich habe mit Computern schon als kleines Bubi angefangen und zwar nicht mit Computerspielen, sondern gleich mit Programmieren. Damals gab es auch noch nicht so viele Computerspiele. Ich habe dann auch den IT-Weg beruflich eingeschlagen. Ich arbeite seit über 14 Jahren im Dokumentenmanagement-Umfeld und leider fast ausschließlich mit Windows-only-Software. Ja, 13 Jahre war ich bei der gleichen Firma. Letztes Jahr habe ich dann gewechselt und dann nach 10 Monaten noch einmal gewechselt. Und da habe ich jetzt sozusagen letztes Jahr zweimal auch erlebt die Integration meines Ubuntu-Desktops in Windows-only-Netzwerke. Das war nämlich bei mir eine Einstellungsbedingung. Also ich habe gesagt, ich möchte Ubuntu am Desktop verwenden. Und da wurde ich letztes Jahr auch gefragt, und wenn ich Windows verwenden soll, was ist dann? Da sage ich, ja, dann koste ich mehr. Und damit war das Thema eigentlich erledigt. Und somit durfte ich auch wieder mit Ubuntu arbeiten. Das ist natürlich nicht immer ganz leicht in einem Windows-only-Netzwerk, aber irgendwie habe ich das bis jetzt immer hingekriegt. Muss ich halt manchmal ein bisschen durchsetzen. Bevor ich jetzt auf Unity im Speziellen eingehe, möchte ich eine Erinnerung rufen, wofür so ein Computer eigentlich da ist. Ich habe durchaus sehr viel mit End-Usern zu tun, mit Verwandten, Bekannten, die ihre Computerprobleme gelöst haben wollen. Und da sehe ich halt auch immer wieder, dass das Interesse für jetzt eben technischen Schnittschnack eigentlich nicht vorhanden ist. Die Leute wollen ihre Aufgaben erledigen. Und die sind teilweise sehr abseits des Computers eigentlich. Und die meisten Leute, die wollen sich halt Informationen beschaffen, eben über das Internet, Wikipedia zum Beispiel. Dann natürlich im Büro, die Leute wollen ihre Briefe schreiben, die Leute wollen ihre Rechnungen schreiben. Und der Computer an sich ist ihnen eigentlich uninteressant, wenn sie im Hintergrund sind. Die meisten User stehen sowieso auf Kriegsfuß. Ganz wichtig, wie Unity sozusagen angekündigt worden ist, habe ich mir das mal ein bisschen angeschaut. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, das ist alles anders. Ich muss mich da umgewöhnen und so weiter. Und muss ich mir überhaupt das antun? Ich meine, ich arbeite jetzt schon so effizient viele, viele Jahre, wie ich eben arbeite. War mit Gnome 2 eigentlich total glücklich. Und war einmal verunsichert und habe dann einmal angefangen, andere Distributionen auch anzuschauen. Ich habe mir gedacht, dass ich das möglichst lange hinaus zögern werde, diesen Umstieg. Allerdings, nachdem ich gerne ein bisschen vorbaue, also ich habe mich schon, ich habe mich angefangen umzuschauen. Ich habe mir angeschaut, Linux Mint, Lubuntu, Xubuntu, Tralala, alle durch die Bank. Und hatte dann auch immer wieder mit anderen Leuten Diskussionen. Und letztendlich, was dabei herausgekommen ist, ist einmal eine Grundsatzfrage, was ich denn mit dem PC überhaupt mache. Also ich kenne Bekannte, die benutzen ihren Gmx-Mail-Account auch nur über den Browser. Und sonst suchen sie halt irgendwas im Internet. Also Google, das sind dann oft so Leute, die auch die URLs direkt in der Google-Suchabfrage eingeben, also die nicht einmal den Unterschied zwischen dem Sucheingabefeld und dem URL-Location halt kennen. Da ist es eigentlich ziemlich egal, welchen Desktop man denen gibt. Die brauchen nicht viel. Die haben eh nur ein, zwei Icons, auf die sie draufklicken. Aus diesem Gesichtspunkt ist es völlig egal, ob sie jetzt Unity haben oder was auch immer. Was auch sehr relevant ist, ist eben mit wie vielen verschiedenen Anwendungen ich arbeite. Es gibt durchaus auch Power-User, die halt aber nur die Textverarbeitung verwenden. Also ich habe schon Anrufe von Usern bekommen, also Support-Anrufe, die dann sagen, ja, sie haben Probleme mit ihrem PC. Und ich sage dann, okay, was für System verwenden sie, welche Version? Und die sagen mir ja Word. Gut, was auch relevant ist, wie stark ist der Rechner? Das ist jetzt nicht, weil Unity so viele Ressourcen frisst oder irgendein anderer Desktop. Aber ich habe vor ein paar Monaten einmal einen 500 MB Memory-Uralt-Rechner in der Hand gehabt. Den hat mir wer geschenkt. Und da wäre ich jetzt nicht Unity oder Kubuntu oder was auch immer installieren. Da ist einfach klar, dass da ein Lubuntu draufkommt und das dann wieder aus dem Raum geht sozusagen und dann weiter verschenkt wird. Der letzte Punkt, der Wille, was Neues auszuprobieren, da nehme ich mich selber nicht aus. Ich habe mich da sehr gesträubt dagegen und war der Meinung, ich arbeite ja eh optimal. Und das ist schon jahrelang, habe ich das immer so gemacht. Dann habe ich mal darüber nachgedacht und bin draufgekommen, eigentlich seit Windows 2000 oder Windows NT, haben wir das immer so gehabt, quasi mit Startmenü, eine Taskleiste, wo halt die Fenster der Reihe nach aufgehen. Die sind bei mir meistens dann am Tagesende, sind sozusagen diese Balken dann immer kürzer geworden. Da war dann schon nur mal die kleinen Icons sichtbar, das wird es ja vielleicht eh auch kennen. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht sollte man halt doch mal was Neues ausprobieren. Und da habe ich eben, wie gesagt, vieles ausprobiert. Ganz wichtig, ich möchte jetzt auch nicht gegen irgendeine Testop-Umgebung mit irgendeiner Distribution wettern. Also ich habe sehr, sehr viele gute Dinge gesehen. Allerdings, keine einzige Testop-Umgebung war out of the box nach meinen Wünschen, wie ich das gern gehabt hätte. Ich habe sehr, sehr viel herum probiert und letztendlich bin ich aber dann deswegen auch wieder bei Unity gelandet, weil es unter dem Gesichtspunkt des Anpassungsaufwandes und auch der Produktivität, wenn man halt ein bisschen auch umdenkt, eigentlich für mich sich das als das Optimale herausgestellt hat. Und aus diesem Grunde finde ich, dass die vielen Schimpftriaden, die dann oft auf das Unity gelassen werden, eigentlich unberechtigt, weil so schlecht ist es nicht. Und deswegen möchte ich einfach jetzt eine Lanze sozusagen brechen. Also Auswahlkriterien, eben wie ich sozusagen Distro-Hopping gemacht habe und Desktop-Hopping, und Dock-Komponenten-Hopping, auf jeden Fall eine wichtige Voraussetzung, war halt, dass es stabil läuft. Da habe ich nicht alle Kombinationen so gut hinbekommen. Dann natürlich das Datort-Shortcut, die braucht man halt, wenn man auch viel tippt, ich tue ja auch Software entwickeln, Dokumentation schreiben. Allerdings, was mir genauso wichtig ist, und da lassen dann wieder halt auch viele aus, Mauskürzel. Also ich habe halt, wenn ich gerade im Browser bin, dann will ich halt mit der Maus vielleicht das Fenster wechseln, und nicht mit der Tastatur, wenn ich gerade im Browser irgendwo hingeklickt habe. Ja, natürlich schnelles Auffinden gewünschter Fenster. Ich habe es schon erwähnt, bei mir sind die Taskleisten, also da waren einfach so viele Fenster, dass ich schon teilweise drei Minuten lang herumgeklickt habe. Bis man dann das richtige Fenster gefunden hat, weiß man nicht mehr, was man dort eigentlich machen wollte. Ja, natürlich die Mauskilometer. Ich hatte mal unter Windows-Inks ein Tool-Rennen, was die mitgezählt hat, aber da kommt schon einiges zusammen, das heißt, die möchte man dann schon auch ein bisschen reduzieren. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich habe jetzt eigentlich seit ein paar Jahren immer nur Logitech-Mäuse. Ich habe früher Microsoft-Mäuse gehabt, die passen natürlich mit der Ubuntu gar nicht mehr zusammen, aber abgesehen davon habe ich die Microsoft-Mäuse eine pro Jahr verbraucht. Also, ja, und natürlich, man verklickt sich halt auch immer wieder mal, wenn man schnell irgendwas tut und darum geht es eben auch, das zu reduzieren. Vor allem auch die Bekannten und Verwandten, die nicht so geübt sind im Computer, die verklicken sich noch viel häufiger, weil die gar nicht gescheit wissen, wie man es ausbedient. Gut, so, kommen wir zu Unity. Eine Besonderheit ergibt sich ja durch den Launcher, also quasi die neue Taskleiste, die halt jetzt links ist und nicht mehr unten. Das ist die erste Änderung, wo ich mir gedacht habe, warum müssen Sie es jetzt nach links geben? Auf der anderen Seite, die Bildschirme, die werden immer breiter. Eigentlich habe ich im deutschen Sprachraum verstärkt mit dem A4-Format zu tun, wenn ich eine Dokumentation lese und die ist halt doch auch eher hochformatig. So gesehen ist das eigentlich sehr praktisch, wenn das die Taskleiste links ist, weil ich dann unten ein bisschen Platz gewinne. Schauen wir uns das mal an. Hier, neue Taskleiste, die ist jetzt bei mir ein bisschen verkleinert, das werden wir dann gleich sehen, wie man das macht, weil die sozusagen großen Plakate, die dabei nach der Neuinstallation sind, die sind mir dann doch ein bisschen zu groß. Allerdings, für meine Schwiegermutter hat sich herausgestellt, könnten sie auch ein bisschen größer sein. Ja, dazu ist an sich zu sagen, Windows 7 macht es ja auch ähnlich, quasi die Gruppierung, das war eigentlich auch schon mit XP, die Gruppierung der offenen Fenster. Ich habe das unter XP eigentlich immer ausgeschalten gehabt, weil ich das gehasst habe. Lag auch daran, dass sie das nicht so gut gehandelt haben, wie Unity das macht. Das werde ich auch gleich demonstrieren dann. Und zwar, ich mache jetzt mal, was weiß ich, ein Browserfenster noch zusätzlich auf. Was mich am Anfang sehr verwirrt hat, ist, wenn ich jetzt zu einem Fenster zurückschalte, wo ich mehrere offen habe, weil die ja gruppiert sind. Also so, wenn ich jetzt ein Fenster habe, dann ist das Umschalten ja wunderbar. Traumhaft, so will ich das haben. Wenn ich jetzt zwei Fenster offen habe, dann kommt da jetzt mal eines im Vordergrund. Windows ist das nicht so, da hätte ich jetzt eine Auswahl bekommen. Entweder Thumbnails oder Menü. Und jetzt muss ich noch einmal klicken. Ich glaube, das hat mit dem Beamer jetzt zu tun. Aber das funktioniert normalerweise. Das erste Mal ist, dass das nicht funktioniert. Normalerweise habe ich da jetzt zwei Fenster, die dann nebeneinander liegen. Und es ist aber so, wenn ich jetzt zwei Fenster offen habe und ich wechsle, dann kommt als erstes Fenster, wenn ich draufklicke, also ich kriege dann nicht die Fensterauswahl, sondern als erstes Fenster kommt das, was ich zuletzt verwendet habe von dieser Anwendung. Also wenn ich jetzt drei Browserfenster offen habe, komme ich zum letzten aktiven Browserfenster zurück. Und ich bin draufgekommen, zu 90% ist es genau das, was ich will. Und ich erspare mir dadurch einen Klick. Ich habe zum Beispiel eine Remote-Sitzung offen beim Kunden und ich muss zum Beispiel ein System dokumentieren, was ich da gemacht habe, habe bei mir jetzt die Textverarbeitung offen. Das ist natürlich optimal, auch wenn ich jetzt mehrere Dokumente offen habe und mehrere Remote-Sitzungen, kommt der immer wieder vor, dass ich dann bei dem, was ich gerade mache, da schalte ich ihm zuerst auf die Remote-Sitzung rüber und dann auf meine Textverarbeitung und er schaltet mir eben genau auf das letzte Aktive. Und so kann ich herumschalten. Und wenn es dann einmal irgendwann in einem Sonderfall nicht das ist, was ich will, dann muss ich halt noch einmal klicken. So weit einmal zur Taskleiste. Die Dash, quasi das neue Startmenü. Auch da habe ich mir gedacht, zuerst, mein Gott, früher bin ich da ins Menü gegangen, habe halt hereingeklickt, habe mir das ausgesucht und so weiter und jetzt ist das alles da mühsam. Ich muss da herumklicken und so weiter. Das dauert noch viel zu lang. Es hat sich auch hier herausgestellt, wie ich mir das genauer angeschaut habe, dass im Normalfall weiß ich, was ich starten will. Was weiß ich? Genie. Ich drücke die ersten Druckstaben und bin da. Wenn ich jetzt im normalen Menü, im Gnome-2-Menü, und ich habe das hier auch, also das kann man durchaus auch wieder einblenden, ich zeige dann auch, wie das geht. Ich habe das Menü immer noch da, bis ich da jetzt sozusagen oft das gefunden habe, wo das jetzt wirklich drinnen ist, wo ich mir nämlich sehr oft verdue, ist dann bei dem System, ob das jetzt unter System oder Einstellungen oder wo auch immer dann herumgurkt. Und ich bin einfach mit dem da, auch wenn ich da jetzt vielleicht von der Maus zur Tastatur wechseln muss, ich bin da schneller. Also ich habe das ausprobiert. Es ist schneller, wenn man weiß, was man will. Wenn man es nicht weiß und wenn man jetzt vor einem Rechner sitzt, zum Beispiel von einem Bekannten, der sich halt auch tausend Sachen selber installiert hat, der sagt, ja, ich habe CD-Brennen und da verwende ich, ja, weiß jetzt nicht, wie das heißt. Dann kann ich nachschauen. Ich habe das Menü ja nach wie vor da und kann mir hier mal einen Überblick über das System verschaffen, was der Mensch da denn so jetzt alles installiert hat. Also das heißt, die Möglichkeit ist ja nicht ganz weg. Auf meinem Rechner, wo ich täglich arbeite, ich brauche das einmal im Monat. Was auch praktisch ist, dass wenn ich, ich habe zum Beispiel jetzt letztlich bei meinem Vater einen Rechner neu installiert, ich habe eigentlich gar nicht genau gewusst, was der jetzt da alles so installiert hat, habe halt über Shell-Skript quasi Upgate-Install einmal einen Haufen Zeugs installiert, wo ich weiß, das braucht man halt so. Auf der anderen Seite, der hat vorher 10.04 gehabt und dann habe ich mir irgendwie gedacht, eigentlich, es ist ja eigentlich wurscht, weil er hätte ja, wenn er jetzt sucht nach was auch immer, was habe ich mir nicht installiert, sagt es mir irgendwas, das ist ja standardmäßig drauf, Terminator, genau. Also ich finde das ja da genauso und wenn das jetzt nicht installiert ist, ist es halt ein Klick mehr, weil jetzt geht dann der Software-Center auf und bietet mir das dann gleich an, da muss ich einfach nur einmal draufklicken, das ist eigentlich genauso wie am iPhone oder Android, also ich klick da einmal in den Store und installiere das, also sozusagen so gesehen, brauche ich da eigentlich mich jetzt da nicht mehr so genau darum kümmern, was ich jetzt alles vorinstallieren will, weil ich brauche meinen Vater nicht einmal mehr beibringen, wenn er in Synaptic startet. Gut. Eine Sache vielleicht noch, weil das die meisten sicher stören wird, dass man, wenn man die Start-Taste drüben oder die Ubuntu-Taste ist, also die ehemalige Windows-Taste ist bei mir schon die Ubuntu-Taste geworden, dann kommt man natürlich da sozusagen zu den zuletzt verwendeten Programmen und Dokumenten. Wenn ich allerdings die Super-Taste und A drücke, dann komme ich gleich zu dem zweiten Teil, zu den Anwendungen, also ohne, da sind jetzt ausgeblendet meine zuletzt bearbeiteten Dokumente. Jetzt haben wir die Task-Leiste, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die eigentlich, dass das eigentlich gut gemacht haben. Dann bin ich bei dem Dash, also bei dem Start-Menü, darauf gekommen, dass es eigentlich besser so ist, wie es vorher war. Kommen wir jetzt zu den Global Menus, weil die habe ich auch, das habe ich auch furchtbar gefunden. Global Menus heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel das Impress hernehme, früher waren ja da oben die Menüs, die sind jetzt weg, die sind jetzt da oben und wenn ich jetzt andere Fenster habe, dann, ja, kein Menü, erst immer wenn ich nach oben fahre, habe ich dann die Menüs. Da habe ich mir auch am Anfang gedacht, was soll das? Ich habe einen großen Bildschirm im Büro, das Fenster ist vielleicht da klein irgendwo unten und jetzt muss ich von rechts unten nach ganz links oben, bis ich endlich da bei dem Menü bin. Was soll das? Das habe ich mir dann auch genau angeschaut und bin dann zu dem Schluss gekommen, eigentlich verwende ich die Menüs bei weitem nicht so oft, wie ich glaubt habe. Und letztendlich, wenn ich jetzt, ich meine, hier haben wir einen Beamer mit einer tollen Auflösung, aber ich war dann auch auf Netbooks unterwegs oder auf Beamer mit kleineren Auflösungen und da bin ich dann draufgekommen, da ist mir eigentlich lieber der Inhalt vom Fenster. Allerdings, wenn ich jetzt nur auf großem Bildschirm arbeite, dann gebe ich zu, dass das Global Menü durchaus nervig sein kann, allerdings, man kriegt es ganz leicht weg, wenn man auch gleich sehen. Also, so gesehen, dieses Feature kann ich mir auch ausschalten. Nächster Punkt, das Head-Up-Display. Wenn ich jetzt auf die Alt-Taste drücke, dann bekomme ich ja so ein Suchmenü. Das ist im Prinzip die Suche in dem Anwendungsmenü. Also, wenn ich jetzt auf, da zum Beispiel auf Open gehe, dann sehe ich einfach hier die Menüeinträge, die dazu passen. Beziehungsweise, gehen wir mal da zum Impress, das haben wir da, Slide-Sorter zum Beispiel. Wenn ich Alt-Slide eingebe, dann sehe ich hier alle Menüpunkte, die mit Slide zu tun haben, wo auch immer die Menü versteckt sind. Das heißt, ich brauche eigentlich überhaupt nicht im Menü suchen gehen. Ich meine auch, so was die Lesungssange, das hat man nicht vollständig geflüchtet, dass ich hätte. Also, bei Niederoffice hätte das, glaube ich, irgendwas dazu installieren müssen, oder so ein Scherz funktioniert. Ja, das habe ich aber installiert. Um ehrlich zu sein, ich brauche das Menü auch relativ selten, weil die Sachen, die ich oft verwende, habe ich sowieso da heraußen liegen. Ich habe es ein paar Mal ausprobiert und da habe ich eigentlich die Sachen gefunden, die ich gesucht habe. Es kann durchaus sein, dass es noch nicht hundertprozentig funktioniert. Nach den Dingen, was ich sage, wenn ich jetzt zum Beispiel da Export des PDF, wenn ich jetzt Alt drücke, Export, ja, der aktuellen Anwendung, genau. Da habe ich zum Beispiel das drinnen, Export, Export des PDF. Also egal, wo das jetzt im Menü drinnen liegt. Ich habe einen Betz, das ist ein bisschen besser. ich habe das jetzt seitlich noch etwas, wenn ich jetzt nicht auf dem TIEA, dann habe ich, das ist ein bisschen besser. Ich habe das mit, das ist ein bisschen besser, es ist ein bisschen besser. Und dann weiß ich noch,